Guten Morgen Leute, herzlich willkommen zum Tag 2 im Trainingslager, wir gehen jetzt laufen, viel Spaß, guten Video. 7 Uhr, falsche Einheit. Also es gibt laufen oder schwimmen, aber es ist so kalt, dass ich nicht mal schwimmen will, wenn ich krank werde, ich kenne mich. Oh mein Gott, das ist schon der erste Woche im Film. Niki geht nicht, ne? Muss schwimmen. Ja, geil. Guten Morgen, Männer. Moin. Ihr wart schon schwimmen, ne? Das Wasser ist beheizt. Das Wasser taugt wirklich genau für Sydney. Guck mal, ich habe extra Laufschuhe an, weil ich merke schon, dass ich krank werde und es ist so kalt, dass ich nicht mal schwimmen wollte. Ich höre jetzt mal den Latschen, weil ich schwimmen gehe. Wasser beheizt hört sich doch gut an. Ich schwöre, wenn ich heute laufe, also wenn ich jetzt laufe, danach noch Training, also Krafttraining, dann ist das Spiel, dann geht gar nichts mehr. Und meine Beine dann schwer werden und darauf habe ich gar keinen Bock. Und dann verletze ich mich. Deswegen gehe ich lieber schwimmen. Ich kann nicht schwimmen. 7.20 Uhr alle da, außer Ali, glaube ich. Wenn du hier stehst vom Vorstand, wenn du morgens früh um 7 Uhr stehst und mit laufen gehst, dann haben wir die Hälfte von der Mannschaftstour. Wir haben ein Wettbewerb gemacht. Ist er nicht da, habe ich gesagt? Nein. Was haben wir gesagt? 2.30 Uhr haben wir gesagt. Wenn ihr ungeschlagen Meister habt, genau wie letzte Saison, ist halt der Verein die Hälfte der Mannschaftstour. Passt. Wir haben gesagt, wir machen 3K draus. Das ist eigentlich morgen früh mitlaufen. Wir sind hier. Wenn ihr ungeschlagen Meister habt, 3K für die Mannschaftstour von uns aus. Ich laufe jetzt ungefähr zwei Kilometer mit, dann muss ich wieder fett. Aber du weißt, bei Cheap Schaufzeit war es noch anders. Wir haben alles aufzunehmen. Wir haben alles aufzunehmen. Wir haben alles aufzunehmen. Wir haben alles aufzunehmen. Schon wieder. Ich saß dir, ich vier und morgens habe gesoffen. Was ist das? Aber wir kriegen die Kampagne. Wir kriegen die Kampagne. Zeitpunkt für die individuellen Stourcen. Und wir stehen alle hier. Ja, aber wir machen das. Das ist dann ganz warm, Junge. Aber kein Darm. Kein Darm. So. 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 Most doof. Er war mit Dada ause saufen bis 4 Uhr und nah hat die Wette gemacht mit Dada. Er ist nicht hier. Dada, Buh. Dada und Ali fehlen? Oder was? Nur die beiden? Hast du Badesache an? Ist rum, oh, ouais. Stimmt, Timo ist auch nicht da. Timo, Ali, Dada die drei fehlen. Wie kann der Dada in besoffenen Zustand so ein Deal machen? Maike, gehst du schwimmen oder laufen? Ich gehe schwimmen. Dann Heulenlaufen. Die laufen jetzt. Und wir sind die Jungs. Die denken, wir haben alles gedribbelt und gehen ins Wasser, aber das wird auch nicht so cool, glaube ich. Man sieht hier so ernst aus, so verschwimmt. Ich hoffe, jetzt hier können wir irgendwas machen. Gibt es hier auch so Badekappen und so? Ich schwinge mich hier rechts rein. Bitte, 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 bitte. Ich kann eh nicht schwimmen, Digga. Digga, was ist denn das? Oder ich bin krank. Ist das richtig? Digga, das kann nicht richtig sein. Meine Augen fallen gleich raus. Ich mache jetzt so einen großen. Ich glaube, das soll so sein. Ich glaube, das soll so sein, oder? Jetzt habe ich sie richtig rum angezogen. Ich sehe nichts. Ich gehe jetzt einfach rein, Digga. 20 Bahnen, sage ich eh nicht. Ich mache die vier Bahnen, ich mache weg. Komm, 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 komm. 20 Bahnen. Ich bin ehrlich, ich konnte nach den ersten beiden Bahnen, konnte ich nicht mehr. Und der hat mir Hacke Schwimmball gebracht, mit so Untertauchen. Warum ist Unterwasser mit der Nase ausatmen? Wo soll man das denn wissen? Weil er meint, bei jedem Zug tauchen. Ich habe gemacht, Digga. Komm hoch. Hast du ertrunken? Der meinte, unter Wasser mit der Nase ausatmen. Und das war der Key. Danach konnte ich schwimmen. Ich bin ein Kilometer geschwommen. Ich glaube, ich bin der erste Schwarze in den Böcken safe. Die anderen waren laufen und wir... Das war sogar cool. Also, es ist ja gesund schwimmen. Ich schwimme jetzt voll bereit. Ich habe das Frühstück und dann auch wieder Training. Mir wurde immer gesagt, ich soll schwimmen gehen wegen meinem Rücken. Aber, ja, das geht einfach nicht. Aber ich kann jetzt schwimmen. Ich habe jetzt Worschnäge. Jeden Morgen, 6 Uhr morgens im Schwimmbad. Ein bisschen schwimmen, halbe Stunde, Stunde. Und dann geht der Tag erst los. Worschnäge. Danach mit Hundgassi, Jalen. Jalen ist übrigens mein Sohn. Jalen, ähm, zur Schule bringen dann, zum Kindergarten und so. Dann, in der Zwischenzeit, kümmere ich mich um den Garten. Dann abholen, schon mal kochen und so. Das wird mein Leben sein. So, Mahlzeit. Ja, das weißt du selber. Ich kann das Naschen nicht lassen. Nein. Nein. Da sind noch Bienen dran und so. Nein. Böschermüsli, super. Das ist super. Und hier ist, glaube ich, frisches Omelette gleich. Danke. Und ein bisschen tiefer, nächste Mal. Okay. Okay. Lachs auch so underrated. So ein geiler Fisch. Hast du schon gesagt, dass du willst? So, ich habe gehört. Ich habe gehört, euer Lauf war geisteskrank. Wir sind halt entspannt gelaufen, ne? Ja. Und du auch? Wie weit wart ihr hinterher? Unser Tempo. Euer Tempo? Unser Tempo. Andi? Wie war das Tempo von den beiden? Ja, ich bin mit denen gleichzeitig angekommen. Das Problem war, dass ich bei, äh, Maike ist immer gut. Brauche ich nicht sagen. Ali kann ich gar nicht sagen. Weil der, also es war um 7.15 Uhr treffen, die sind um 27 Uhr losgelaufen. Das habe ich auch mit. 7.25 Uhr waren wir draußen. Ich habe ihn nicht gesehen. Boah. Und dann ist er noch mit eigenem Tempo gelaufen. Genau. Irgendwann habe ich mich umgedreht und so 600, 700 Meter hinter uns dachte ich, da hinten dieser Koloss, das könnte Ali sein. Nee, der Koloss war der Titan. Sie haben heute einen Mannschaftskasse, Mannschaftskasse wird geschehen. Ja, ja. Super Ali, danke, ne? Keine extra Wurst hier. Ein Omelette. Einmal Lachs mit Meerrettisch. Einen schönen Minz-Ingwer-Tee. Und ein kleines Müsli. Das ist mein Frühstück. Boah. Ich freue mich so zu essen. Hip-Workout. Ja, High-Intensity-Workout. Ja, High-Intensity-Workout. Oh, das ist geil. Sehen wir uns in einer Stunde. Ich gehe jetzt schlafen. Und jetzt gibt es ein High-Intensity-Intervall-Training. Ist ja geil. Du hast ja zehnmal deinem Gesicht, dass du Spaß hast. Ich habe Spaß. Der Bereich, mit dem ich nichts am Hut habe. Boah, geil. Ein Traum für jeden Athleten, Digga. Geil. Hey, du, Alter. Boah, der X-Bänder. Schön. Haha, geil. Ein Traum, ne? Hey, Jungs. Ach so. Hier ist er als Welcome to the Gym. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Ach du heilige Männer. Digga, was ist denn das? Was ist denn das? Ich höre da hinten schon mit einem Trainer schreien. Wir haben hier nämlich einen Trainer. Oder drei Trainer. Die mit uns das Training machen. Oh, Scheiße. Jetzt erstmal Warm-Up. Da war die Halle. Ah, pure Quälerei. Jetzt ist Training. Faga. Ach du guck. Das sieht aus wie Individualtraining, wenn man verletzt war. Mit einem Coach und dann kannst du nicht schummeln. Da übernimmt dann der Basti. Dann machen wir zwei Zirkel. Wir trainieren alle Bewegungsmuster. Für uns ist wichtig, wir denken nicht in Muskelgruppen, sondern in Bewegungsmuster. Wir trainieren den Oberkörper, den Unterkörper, den Kumpf. Und dann machen wir einen kleinen Burn-Part als Competition. Wir haben nachher noch ein Spiel, ne? Ganz richtig. Und wir sind Kreisligamannschaft. Und Kreisligamannschaft. Musik Michael, Eli und ich. Ich gehe auf die Bankdruckmaschine Jungs. Immer schummeln und die Kleinen nehmen. Guck mal hier. Willst du was für Sydney's Vlog sagen? Wie findest du es? Sehr gut. Anstrengend? Ja, geht. Es sind ja nur zwei Durchgänge jeweils. Ist ein bisschen anstrengend, aber für die Jungs ist es nicht fit. Ja, du bist ja auch Supersportler. Du bist ja sowieso immer unterfordert. Da wollen wir jetzt mal nicht drüber reden. Aber ja. Los, Sydney! Junge, das sieht viel zu leicht aus. Ist doch gut. Bisschen schwerer. Sydney schummelt. Eins, zwei, eins, vier. Alter. Wie ist Sydney? Ich bin groß aus, aber wiegt nicht viel. Später noch viel. Sonst würde ich richtig machen. Jetzt kommt der Part, der brennt. Der heißt sogar Burn. Das ist nicht cool. Wir haben eine richtig gute Truppe. Wie geil ist der? Wie geil sind die? Wie geil sind die? Wie geil sind die? Wie geil sind die? Das sind 75 Kilogramm on top, das heißt in total 103. Dann pusht ihr euch richtig vom Boden weg. 25 Bahnen. Ach so. Das schwimme ich ja lieber. Das ist das schlimmste Gerät. Zwei Kilometer sprint. Jawoll. Wir haben einmal Team B für B. Als wir Andi noch bei uns sind, hätten wir alle. Also ich brauche jetzt 200 Meter, weil ich so eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Dann tauscht ein bisschen durch. So. Du bist 2000 Kilometer laufen. Soll ich alles machen? Alex macht 1.8, du und ich machen Runi. Was? Nein. Schlaf auch. Schau dir an. Der hat so viel laufen laut. Eli, du bist... Einer? Nimm dir einen. Los Eli, komm! Was macht der? Die kennen wir jetzt gar nicht. Was ist denn das für eine Scheiße? Das ist das schlimmste. Die haben nicht mal 1000 Meter drüben. Wie du noch mal? Das dauert so... Und das brennt. Ey, wie soll ich Sprint denn? Es ist ein Wunder, wir wurden letzter. Schon wieder schlau im Leben, nicht auf das Sprint-Ding zu gehen. Aber das macht die Beine zu. Wir haben später ein Spiel, Digga. Das ist völlig dumm. Ja. Training ist vorbei. War okay, aber vielleicht ärgerlich vor dem Spiel. Jetzt Media Day und sowas. Dann das Mittagessen. Mal schauen. Ich nehme euch weiter mit. Ich glaube Timo ist gelaufen. Tim D! Ich glaube Timo ist gelaufen. Team D! Team D! C! D! Hier geht noch eine Minute ins Eisbecken, also ein Muskel, weil sonst nachher Muskelfaser ist hundertprozentig, zwei Leute. Guter Mann, da spricht die Erfahrung. Ja, ist so, tausendprozentig. Die, die gesprintet sind, die gesprintet sind, die haben jetzt schon Muskeln. Dann haben wir jetzt in zehn Minuten Essen, dann 50 Minuten muss ich noch Platz sein für Mediaday, Fotos und sowas. Oh, ehrlich, keine Verschnappspause, ich werde nicht schlafen. Damit ich den Tag erstmal normal starten kann, muss ich erstmal schlafen, was soll das? So, bei mir gibt es mittags jetzt nur einen schnellen Salat. Kann der chillt hier einfach, um einen leichten Nieselregen. Was macht der? Koro. Boah, Bruder. Na, warst du in Miami? Boah, ich war gerade so in Miami, dicker. Boah, ich war heute schon dreimal für zehn Minuten schlafen, ist ganz geil. Dass wir nie so Freizeit haben, momentan. Ich dachte, ich kann die ganze Fußball-Dennis zocken. Ich lag da 25 Minuten gerade, dann, wir mussten schon wieder los. Digger, diese Bilder, wer macht die und wie? Meine Frisur. Digger, was ist das? So, Mediaday ist durch. Wir haben jetzt ungefähr drei Stunden. Träger, Bilder, alles mögliche. Digger, unsere Knochen, ich schwöre. Alle ziehen so eine Fresse, weil wir so tot sind. Jetzt haben wir noch Spiel. Ich hoffe, keiner verletzt sich. Das ist das Wichtigste. Ich kann für nichts garantieren. Ich nehme mal schon mal ein bisschen Wind aus den Segeln. Wir machen uns jetzt warm, dann geht's los. Wie geht's euch? Zwei von zehn. Schlafen. Wie geht's? Das ist schon schwierig gerade. Du hast gekotzt. Gestern? Das war zu angeschränkt. Was? Ich dachte, nein, wir gehen zu laufen. Ich dachte, dass wir die Antworten am Einflussion erleben. Aktuelle Gemütslage? 70%. 70% ist gut. 60%. 60%. Wie geht's dir? Geht immer weiter runter? Wie geht's dir? Maximum 60%. Gut. Das Ding ist jetzt auch wieder live. Heide ich sich dir, glaube ich, bei Eli. Ich versuche, sich nur ein bisschen näher zu bringen, wie so die Stimmung in der Mannschaft ist. Und allgemein, wie wir den Tag verbringen, damit ihr das mal seht. Was wir so alles machen, weil wir machen schon echt viel. Dori, wie geht's dir? Aktuelle Gemütslage? Ich bin leider sehr kaputt. Von daher ist es, glaube ich, ansteckend. Ich bin sehr müde, ey. Ich bin wirklich. Jeder sagt gleich. Ich sage auch, Hauptsache, keiner verletzt sich. Und die Gegner sind sogar gut. Also es ist so ein Oberligaspieler dabei und so. Wird auch noch ein guter Test. Der Ball. Guck mal, wie gut. Guter Ball, Flo. Jetzt bestätigen. Guter Ball, Flo. Die haben wenigstens Ehrgeiz. Und für Flo geht ein Traumwinderfüllung. Gero, wie geht's dir? Unterstelle ist so, boah, bei mir. So ein Kopf, halt. Aber ich sage, normalerweise habe ich schon Bock und so. Aber heute habe ich schon Angst. Schon hart. Ja, ich habe auch meine Leichterzweck schon. Da hat einer in der 2. Liga gespielt. Was? Ja, bei Rostock. Oh, nice. Ich habe die getroffen. Da spielt einer aktiv in der Oberliga oder zwei. Und ein paar haben vor ein paar Jahren noch Regeln gezockt. Aber die sind unfit, meinten sie. Es wird krachen. Ja, aber auch. Aber die sind jetzt auch nicht gerade schritzer. Vielleicht guckt ihr mal die Slampe. Ich habe gerade rumgefragt. Keiner hat über 70 Prozent gesagt. Ja, ich kann auch nicht. Einmal kam 70 Prozent. Kein Spend, keine Pris. Es wird hart. Aber ich gebe mein Bestes. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Ah, Digga. Ach, Digga. Nein, 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 nein. Okay, scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein. Achim! 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 Kurz vor der Halbzeit ist Eli hingefallen und wir hatten genau die gleiche Aktion wie bei Bilo vor einer Woche. Ich geh hin, ich seh nur Tränen und er sagt, dass Kreuzband was ist. Einfach Back-to-Back, Digga. 1-1 steht's hier gerade. Warte mal! Warte mal, was wie los ist. Bild drückt die Stimmung, aber Willi hat direkt einen Arzt-Termin geklärt. Nürnberg. Guck mal, hier sind meine Brees. Und er hatte noch eine Polo Vita mit dabei. Digga, einfach Flofi spielt. Flofi und Yannick, unser Management. Dafür warst du ein Trainer! Er hat drei Minuten gespielt, völlig außer Atem. Fünf. Wie du atmest! Ich würde es sagen. Ich hab zwei Sprints gezogen über das ganze Teil. So, Kulde geht dann, wahrscheinlich. Wir müssen jetzt gucken, damit ihr alle informiert seid. Er wurde jetzt gerade zum MRT gebracht. Wir werden mal gucken. Es sah schon mies aus. Wir haben es genau gesehen, wie er sich das Knie verdreht hat. Da kannst du dann, ich weiß nicht, vielleicht Kreuzer, Außenwand, wenn er Glück hat. Wenn er Glück hat. Wenn er Glück hat. Wir werden mal sehen, wie sie das so trotzdem müssen wir weitermachen. Also ich denke mal, er würde auch wollen, dass hier trotzdem das Trainingslager weiter durchzieht. Er würde auch wollen, dass sie trotzdem viel Spaß haben. So viel wie wir können, ja. Dass wir nicht komplett die Stimmung so haben, dass wir hier auch gleich heute abreißen können. Er hat sich auch um alles gekümmert, dass wir das hier alles haben. Und das müssen wir auch einfach nur, um ihm auch Respekt zu zollen, müssen wir probieren, das Beste aus der ganzen Situation zu machen. Möglichst alle, wenn ihr rankommt, ins Eisbad zu gehen, die Sauna zu nutzen. Wer will, kann auch nochmal im Pool springen oder sowas. Aber dass ihr genau das heute macht, um ein bisschen zu recovern. Damit ihr halt da alle runterkommt und dann können wir trotzdem nachher alle zusammen noch Bierchen trinken. Warte mal, nirgends. Hat sie schon geklärt? Das war das Bier. Hör, Alter. Ja, Plo hat hier fünf Minuten gespielt, da war es schon, hat schon gesagt, ein Kasten. Gestern hat er bis vier Uhr mit, da hat er gemacht. Heute ist es bis fünf. Das ist ein Disc. Da kann ich nicht mehr laufen. Wir können sich jetzt noch auslaufen. Auf diese... Ich hab grad Bilder mit hingemacht. Weil die ganze Zeit am Ton geschrien haben. Er legt sich auf den Boden danach. Er sagt, alles im Leben reicht. Ganz so süß wahrscheinlich. Jetzt geht's nach Hause. In unser Zeltzimmer. Sauna. Eisbad. Wir hoffen alle, dass es bei Eli nicht schlimm ist. Aber das war jetzt schon das zweite Mal. Mir wurde schon wieder schlecht, ich schwöre. Ich geh da hin. Das war mit Bilo schon. Ich geh da hin. Ich seh nur Tränen. Uns am Wein. Also so... So kennt man das ja nicht, dass man seine Freunde so sieht. Naja. Wie der Welt auf die 1, Digga. War ein sehr scheiß Gefühl auf jeden Fall. Trinken wir durch die Dome. So. Hier wird jetzt gegrillt. Plus Hertha am Pool. Boah. Kann man genießen, ne? Wer auch läuft im Spiel, darf auch mal Pause machen. Hat sie verdient. Hertha gegen Wiesbaden. Zweites Spiel von Hertha. Da bin ich schon gespannt. Meine beiden Ex-Clubs spielen gar gegeneinander. Glaubt ihr, für welchen Verein ich bin, Leute? Für Wiesbaden oder für Hertha? Arohlo! Bin ich mal gespannt. Malke, hast Bier. Probier mal ein bisschen. Digga, das ist geil, ist kein lecker. Das ist Breibend Bier. Was? Ne. Digga, jetzt Halbzeit und auf einmal geht sie wieder ab. Sommer in Berlin zum Kaltiger. Sommer in Deutschland zum Kaltiger. Aber wir gehen jetzt in die Sauna erstmal. Wir sind alle der Party-Report und versuchen das Beste rauszumachen. Ajo! Aus der Sauna geht's ins Eisbass. Ich bin euch am Dampfen. Sieht man das? Jetzt. Zeig mal, wie kalt es ist. Ja, ist gut. Digga! Der ist für mich grad wie im Amazonas in Thailand. So schön. Der Lewandowski fängt immer mit dem Dessert. Ich glaube eigentlich nicht. Ich kann aber mal fragen. Normalerweise ist es so gut. Der hat Ali's Reaction grad. Er läuft vorbei. Oh mein Gott! Einmal laut um einen Gott gesagt weil er sich so gefreut hat. Weiß ich mal was das ist? Tiramisu. Er sagt, man kann nichts genießen. Ohne? Super. Alles. Probier da mal ein bisschen. Ich freu mich doch selber gerade. Ich muss sagen, das Essen hier, wow, kauft dieser Lachs, alter Schlepp. Man muss euch den Lachs nehmen. Nehmt euch den Lachs. Nehmt den Lachs, Jungs. Machen wir mal keine Späße, ne? Alter. Ist gut? Weiß ich noch nicht, ich hab mal probiert. Warum das? Warum das? Ich muss sagen, ob du alles was übrig gelassen hast. Das sagen alle bei dem Fleisch. Unglaublich. Ist unglaublich. Was ist da? Das beste Fleisch, das ist so Hard Spare-Rub-mäßig, 80 Stunden gegart oder es ist einfach anders, bro. 80 Stunden, die Feierabend. Und wenn sich einer mit Essen aufkennt, dann ich ganz viel vergrüßt. Also drückwissen. Dann sieht's, bro. Ich dachte, da ist irgendwie ein Skorpion auf dem Boden. Ich schwöre, das sieht so aus. Ich bin so erschrocken. Und Vigay ist auch da. Krücken für Eli. Das sieht aus wie ein Skorpion. Das sieht aus wie ein Skorpion. Leute, Willi ist jetzt hier. Willi war die ganze Welt mit Eli. Kannst du mal aufhören? Mach nochmal, wie du gerade gemacht hast, das was ich. Ajo. Ich hoffe, dein Glas aber. Nein, hopp jetzt. Was meinte Arzt? Wo Eli in deinem Fahrstuhl war, hat er mir noch mal und Marc gesagt, das Tee ist, glaube ich, schon im Arsch. Ja, ist ja klar. Also der hat 100% was. Ich glaube, es ist Meniskus. Meniskus? Er hat gemeint, das Kreuzband gibt's was her und der Meniskus gibt was her. Außenband nicht? Und er meinte aber, wer ist ein Kreuzer, dann wäre es dick und so. Nein, gar nicht. Deswegen, dann hätte es rein theoretisch mehr anstrengen sollen oder schneller zu laufen. Und die haben gesagt, das VKW und der andere B, das ist ein bisschen, gibt was nach und ich gucke die ganze Zeit so und ob einer auch ein bisschen was helfen kann. Nachzügler. Robin und Timo sind jetzt hier. Und? Wir machen wieder, wir machen wieder Dings. Boca! Boca Abend. Letzten vier. Das ist eine gute Gitarre, ne? Meinst du auch? Jetzt los. Niki hat gewonnen, aber ich bin zweiter und dritter. Ich bin zufrieden. Gut. Ich spiele noch ein bisschen. Guck mal, heute war ich mal Erster, gestern warst du Erster. Gute Poker-Spieler. Ich habe keine Ahnung, warum Poker. Timo ist richtig schlecht. Ich spiele jetzt noch ein bisschen Blackjack. Da ist unser Dealer. So, jetzt gibt es nochmal eine Runde mit den Coaches. Poker. Ich bin raus, Mann. Aber ich habe sowieso Bock zu schlafen, ne? Ja, morgens weiter. Ich nehme euch morgen auch noch hier in den Vlog mit. Ich bin so müde, Alter. Sieht jedes Mal aus, als ob wir in den Tropen wohnen. So cool. Gute Nacht. Bis morgen. So, by the way, morgen früh kein Laufen. 7.15 Uhr, weil wir eh alle tot sind. 9 Uhr ist Frühstück, 10 Uhr das Training. 9 Uhr, 45 Uhr mein Wecker. Ich gehe nicht zum Frühstück. Äh, ja. Ausschlafen. Richtig und richtig. So, nächster Tag. Ich bin übertrieben krank. Beide um 50. Die Nase ist zu. Hier, so sieht Cello jetzt aus. Erstmal im Morgen. Hast du Schmerzen? Ja, ich habe mich scheiße gepennt. Komm mal bitte in dein Zimmer. Aber es macht mir sogar Hoffnung. Ich gehe jetzt zum RDRT. Google den ganzen Langsand. Viel Glück. Ich trainiere bei der Weine nicht mit wegen krank. Der Body Repo. Ich fühle mich auch so kreislaufmäßig gar nicht gut. Oh nein, ich habe nicht viel getrunken gestern, Mann. Ah, Mann, andere. Einfach, Andi hat dir gerade angemeckert, dass es kein Sauvorlaub ist und ich jeden Tag bis 4 Uhr nachts saufen sollen und so. So, ich habe jetzt das Ding komplett aus dem Nenner genommen. Vielfältig mein Körper. Jetzt habe ich mir einen guten Platz geschnappt und ich scout jetzt die Jungs. Nach der ersten Runde nur noch das gegessen. Nach der ersten Runde für Runden hast du gemacht. Was? Achso, hey, in Kunst. Digga, da rehnst du wieder über das Fleisch von gestern. 18 Stunden gegart wurde das. Das ist so wie fitz geworden. Also richtig erkundig sogar, das Fleisch. Rehnchen, Italo Tonato, Salat, Tortellinis, Glas nur mit mir tun, verschwillt. Besonder Kups. Kommt gleich bei mir. Besonder Joghurt. Besonder. So, Cello ist wieder da. Diagnose Kreuzer, habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. F in den Chat und ich habe keinen Bock auf den Coach Cello. Coach Cello wird jetzt ein ganz schlimmes Kapitel bei uns. Jetzt wird es viel gemäckert. Ein Jahr lang, Alter. Weil er meint auch, er hat nicht mehr Bock weiter zu spielen und so, weil sein Körper das nicht mitmacht, wie man auch sieht. Aber das meinte Timo auch. Ich glaube, im Endeffekt fehlt es einem. Er scheint nur, dass er jetzt gut seine Reha machen soll, seine Beine stärken soll und sowas. Damit er auch, selbst wenn er nicht Fußball spielt, dass er in Zukunft keine Probleme hat. Weil irgendwann will er mit den kleinen Jungs, mit Matteo, im Garten Fußball spielen. Einfach, also wer nicht weiß, Kreuzmannsitz ist das Schlimmste, was passieren kann. Es wird ungefähr, ungefähr ein Jahr dauern, bis er wieder spielen kann. Also das Schlimmste Szenario, was ging eigentlich. Wir lassen uns aber noch checken von mehreren Mannschaftsärzten und so. Hat an Schlotti geschickt, an Benni Hinrichs, der von Nürnberg hat sowieso drauf geguckt. An mich halt verhört er. Hoffen wir mal, dass das nicht so schlimm ist. Ein bisschen gedrückt hier die Stimmung. Ja, jetzt erst mal Mittagspause. Mir geht es immer noch kacka. Am liebsten würde ich jetzt Fußballtennis und so spielen gleich. So, hier ist by the way der Physio-Raum. Da ist Haki 24-7 am Arbeiten gefällt, weil jeder Probleme hat. Bester Mann, Haki. Da ist sich jeder einig. So, wir haben jetzt wieder Training. Beziehungsweise die Jungs sind schon da. Aber mir geht es immer noch kacka. Ich kriege die ganze Zeit im Bett, schlafe. 5 Uhr geht es mir jetzt morgen besser, dass ich spielen kann. Blingstens. Gehe jetzt zum Training. Es wird auch gestreamt. Die Eli ist jetzt wieder da. Und schauen wir uns das an. Heute hatten wir mal ein bisschen Zeit, wo wir das Gelände erkunden könnten. Beziehungsweise diese Jungs waren schon, die Tennis spielen und so. Aber ja, wie gesagt, bei mir. Ich habe einfach geschlafen, die 4 Stunden oder so. Ich glaube, das war die Sauna und danach Eisbad im Regen und so ein Shit. Ich habe nach dem Schwimmen auch eine Stunde schwimmen. Und dann halt so jedes Jahr Fahrt waren mit nassen Klamotten und so. Ich glaube, eins davon. Und ihr kennt mein Immunsystem, es ist gottlos schlecht. Egal, was ich nehme, wie viele Vitamine ich nehme, das bringt irgendwie nichts. Ich hoffe nur, ich werde gesund, dass ich morgen spielen kann. Und ich will eigentlich Montag nach Rom fliegen zu Travis Scott Konzert. Ja, also ist auch schon gebucht und so. Deswegen hoffe ich, dass es noch besser wird. Es ist auch nur eine Erkältung, by the way. Also es ist nur meine Nase, die abpackt und meine Ohren sind die ganze Zeit zu. Und ich fühle mich richtig down. Keine Ahnung. Ich würde mir das Ärger bekommen, weil er um 3 Uhr noch auf der Bar auf der Theke stand. Auf der Theke drauf. Meint das Andi. Ist das sauer? Ja. Wer war gestern auf der Theke? Wer stand auf der Bar drauf? Heute spren ich links in den Club, auf den Tisch. Als letzter Abend, die Jungs sind gut gelaunt, sagen wir es mal so. Wir gehen jetzt nach dem Training, die Motivierten, sind noch mitgekommen, hier kurz in den Paddle-Tennis-Quad. Ich bin mal gespannt, wie ihr das auch super macht. Gut, gut dabei. Gut, Chefred. Okay. Gut, Chefred. Gut, Chefred. Ja, der ist gut, der ist gut. Wir haben uns jetzt ein bisschen eingeroovt, steht 1-1 in Sätzen. Jetzt gibt es den Entscheidungssatz. Chef und Paul gegen mich mit Alex. Ja, der ist gut. Ja, der ist gut. Ja, der ist gut. Ja, der ist gut. 50-50, das kommt. Zeit vor. Ja, der ist gut. Ja, der ist gut. Ja, der ist gut. Ja. 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 Ja, der ist gut. Ja. Oh, nee. Ist auch eine Vorlage. Ja, hab ich. Ah. Klapp. Eins, Vorsicht! Eins, Vorsicht! Eins, Vorsicht! Yes! Lidlern! Gut! Ah, wieder einstammt! Ah, bis er selber nicht auf dem Boden hat! Guck! 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 ja hier war qualität kommt mich hier an sitzt er hier mit der gute radler abendessen ist jetzt danach ist mitgliederversammlung und dann ist freizeit die jungs glaube ich nach nürnberg holen also sehr bestimmt hier schön die tat von ali das ist mir zu gesund das kippen wir lieber kannst du schon nicht rausreden das ist zu gesund das kippen wir immer sagt und fast schon gesehen was hier gibt als bisher mein teller sieht immer nur so voll aus gut ne ist mein kohl war gut die hälfte ist salat ist das ding bringt er uns sowieso eine dose vorbei 10 prozent sind wir auf malle und es steht einfach da vorne so rum so neben orange saft und die grüne weiter sing heute so mitgliederversammlung begrüßen mitgliederversammlung sydney spiel aber auch mit dem verein gründeten vorsicht sind vom verein geile dass wir so weit gekommen sind ein erfolgen 30 jahre ich wollte nur fragen weil ihr geht ja jetzt auf geschäftsführer ein was dann seine aufgabe so du machst ja sehr viel ich will ja nur wissen was der macht ich habe jetzt eine überlegung für etwas ich muss ja wissen was er macht ich war noch nie bei sowas ja haben sich enthalten Haki, hol! Haki, hol! Haki, hol! Haki, hol! Haki, hol! Mit der Konkurrenz! Zwar um Nummer 12? Zwölfter Mann! Der ist der Haki! Der kommt hier zur Bühne, äh zur Bar gerannt Er sagt, ich will irgendwas... Hammer, Hammer! Ja, easy! Er sagt, kannst du mir irgendwas Harte schnell machen? Ja, hier stand gestern Abend hier noch auf den 400. Ja, also wir hatten jetzt größtenteils besprochen wie die letzte Saison abliegt, was der Plan ist für die nächsten Saison. Unsere Finanzen wurden offengelegt, damit ihr auch mal seht, oder dass die Mannschaft sieht, wie es da aussieht und dass wir nicht mal Plus machen, sondern 26.000 im Minus sind mit dem Verein und dass wir das versuchen zu optimieren. Ja, so eine Sache war sehr cool. Ein paar schöne Worte, ein paar Dankesreden an den Staff. Äh, ja, war sehr cool. Jetzt geht's los letzter Abend, Mannschaftsabend und ein paar werden, glaube ich, in die Stadt gehen, aber ich glaube, hier bleiben, Poker spielen. Ich hoffe, ich kann morgen spielen. Highlighted ja auch hier. Ja, hier haben wir ganz viele Barkeeper. Ganz, ganz viele Spiele. Tschüss! Was? Das ist auch Marvin Stenzel und Jonas. Zeig mal Marvin! Marvin! Weitere Member! Uuuups! Weitere Member! Weitere Member! Wie ist alle nicht wegsend mit dem? Ich darf Weihnachten trinken gehen! Trinken gehen! Aber, wie du dich verweigs am Outfit Aber, eigentlich ist da nicht unglaublich Aber, ich freue mich, dass du überziehen Aber, wenn du Traum wissen, welche geh' ich Du stehst an der Bar Im Zekras in der Hand ohne Abbas Ich muss einfach hin und weggehen. Komm, wir müssen am Rumpfung. Ich bin auf meinem Weg zurück. Ich bin auf meinem Weg zurück. Was machst du? Ich bin nur zu dir. Du und dein Sekt. Ihr wart schon weg gewesen, Hammer. Wie du dich bewiesen und aufwählen. Einzigartig und glaub ich, Hammer. Du weißt, dass du übertrieben Warum bist du nicht geblieben? Ey, Mann, du bist ein Skiddygiddy. Hast du den Buben? Sex, Bruder. Was macht Flippo? Was macht Flippo? Alter, Alter. Wie Promille hat der? Schadrin, wirft die Flasche. Die haben schon ein Glas. Der hat Flippo. Flippo kann ich lesen. Flippo kann ich lesen. Flippo. 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 Flippo, Flippo. Flippo, Flippo. Das Ding ist, bei sowas, die ersten 10 Sekunden und die Zeit davor ist das Schlimme. Das Hektische. Wenn du 10 Sekunden da drin bist, dann ist es super. Alter, ich sag grad, es wäre irgendwie ein Leitplanke oder irgendwas schwarzes. Ein schwarzer Balken. Und Flor lässt sich nicht lumpen. Die schreibt sich direkt hinter Asnel ein. Hinter Asnel und Ajax. Danke für die Wundervolle. Ajax. Hier ist die vierte Wundervolle. Schließ. Hier ist Asnel. Ja. Aber auch viele unterschiedliche Wundervolle. Sein Kniebeide war ja aus. Schlimm aus. Du hast gar nichts. Angeschwipste Pokerrunde. Vier von vier. Angeschwipste. Ja. Ne, ne, ne. Also, wir spielen jetzt schon seit 10 Minuten. Benni Geller ohne Erz. Bei, 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 bei. Auf, Ausred, Geller. Patrick. Kauf, das ist noch ein. So, letzten beiden. Alex und ich. Er hat auf der letzten Karte mit einem Ast gebaut. Guter Spieler. Guter Spieler, gibt es in mir. Cello schon lange weg. Hm, meine Damen und Herren. Im Finale gegen Panne. Gibt mir eure Chips her. Poker-Debüt. Erster, dritter, erster Platz. Ihr seht mich bald in Las Vegas, Jungs. Ich hab dich gewinnen lassen. Ja. So. Die Jungs stehen dann auch in der Bar. Ein paar sind auch dort. Man trifft alle vereinzelt. Ich hab mir jetzt einen Kakao geholt. Ich bin jetzt ins Bett. Es ist jetzt 1.30 Uhr ungefähr. Morgen ist Spiel. Abfahrt. Und da geht's nach Berlin. So, das war's noch mit den Vlogs. Noch mal ein fettes Dankeschön an Adidas und alle, die uns hier geholfen haben. Ein ganzes Staff von DJ Sports. Waren sehr, sehr coole Tage. Ich hab mal für alle ein geiles Erlebnis. Morgen gibt's die Highlights hier auf dem Kanal. Vom Spiel gegen ... Ja, gegen unsere Gegner. Ich fühl mich schon besser. Ich glaub, ich spür morgen. Und danach geht's nach Rom. Ich glaub, von mir geht's besser. Zu Travis Scotts ersten Konzert mit Utopia. Puh. Das wird so geil. Äh, deswegen lass gerne einen Follow da. Kommst los. Wir sind auf dem Weg zu 800.000, glaub ich. Äh, lasst ein Like da aufs Video. Und viel Spaß morgen mit den Highlights. Und danach mit den weiteren Vlogs, mit dem weiteren Content, der kommt. Ja, und wir sehen uns in dem nächsten Video. Wenn's wieder heißt, du hübsch.